halli hallo und willkommen beim gang gemeistert gut wir haben in der letzten folge jetzt ja leider roth verloren das ist das ist so krank brand munition gepolsterter griff polierter bolzen mann 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 schaden erhöht hurra das funkt es geht aber ich bin Patronenmagazin Patronen müssen nicht einzig geladen werden was das nachladen beschleunigt könnte auch noch von vorteil sein aber ich ja mann aber mehr munition das bringt mir alles nichts wirklich aber ok machen wir mal die fackel an und gammeln mal hier durch den wald vielleicht finden wir das ein oder andere rotkappen sammlung ok das ein oder andere souvenir vielleicht finden wir das ein von zehn pilzen gesammelt sind die hier alle in diesem gebiet dann suchen wir mal noch ein stück weiter wenn die alle hier so rumgammeln hm ach schau mal da ein geokage komm schon das war definitiv nicht der letzte pilz hey hasen bergungsgut nehmen wir auch noch mit doch ich glaube das waren die letzte pilze da geht's raus und wie gesagt diesem arsch messiahs werden wir so dermaßen bumsen bis ihm die rosette blutet ach ne ey ha das würde ich gerne wissen, wer zuerst gewinnt. Puh! Keine gute Idee! Alter! Lara! WTF? Wah! Krass! Du hämmerdes Mistvieh! Das hab ich mir anders vorgestellt. Ich hab meine Freunde umgebracht, jetzt bringe ich eure Freunde um. Eeeh. Noch einer. Hä? Wo bin ich? Scheiß, Wolf. Komm nachher! Spast! So, waren das jetzt endlich alle. Ich hoffe mal. Nein. Wunderbar. Ja, das hat definitiv grad nicht so geklappt, wie ich wollte. Ich werde hier nochmal ein bisschen rumrennen, wegen diesen Pilzen. Da bin ich irgendwie jetzt ganz scharf drauf, die zu f- Höh! Du! Wo bist du? Da bist du. Mistvieh! Elendes scheißes Ding. Pahnen! So, schön langsam laufen, dass wir nichts übersehen. Schade, ich hab gedacht, das bricht ab. Hm. Da sind Pilze. Da sind Pilze. Oh, doch nicht. Huch! Da geht's weiter. Da will ich eigentlich nicht lang. Hier sind auch noch. Da ist ein Lager oder sowas in der Art. Ah, siehste? Pilze. Hier sind 100 Pro noch irgendwo. Die sind hier definitiv irgendwo alle in dem Waldgebiet. Siehste? Noch einer. tüdüt liegt hier noch was? nein alter der heilkratz ah nochmal kurz was getrunken die jagd hat ein neues Lager entdeckt Da gehen wir auch gleich rein Irgendwo ist hier noch was So hundertprozentig frei kann man sich hier noch nicht bewegen, ist eigentlich schade Aber okay, das ist halt Feindgebiet Kennt man ja auch's Call of Duty Geh da nicht rein, warum? Pff, tot Fünf von zehn Hälfte haben wir schon Schon wieder Scheinwerfer Werbungsgut Nehmen wir mit Geokage Geh da können wir nicht irgendwo hin Auch nicht Ah, dann gehen wir hier raus Noch was? Nein, nein, nein Okay Ist das einfach nur ne Lampe? Hä? Äh Ein kleiner Bug würde ich sagen Ach kümmer, ah Fuck Fuck Irgendwo hier sind noch Pilze Pilze, Pilze Das erinnert mich beim, wenn man im Herbst spazieren geht und man sieht immer dann die ganzen Leute ähm Durch den Wald laufen mit so Körn Die tun dann auch immer Pilze sammeln Krieger der Sturmwaffe Wir stehen heute am Beginn einer großen Veränderung Die Flotte des Feindes, die auf unserer Küste zusteuert, wird die letzte sein, die je versucht, unser geliebtes Yamatai einzunehmen Der Zorn unserer großen Sonnenkönigin wird einen gewaltigen Sturm herbeirufen Und wir werden auf den Winden reiten und den Feind vernichten Aber wir werden nach dem Sieg nicht aufhören Mit einem neuen Tag wird das Licht unserer Königin sich über die Ozeane erstrecken und alle Länder erleuchten Und während wir aus Yamatai in der Wärme ihres Glanzes baden, werden unsere Gegner brennen Hmm, hört sich entweder nach einem bescheuerten Plan an oder nach sonst irgendeinem kranken Typ Uah So Ich glaube, ich gehe dann mal da vorne, da, in die Höhle Mal sehen, was wir da finden So, sind an Mal sehen, was wir hier finden Wo sind wir eigentlich? Wird nicht angezeigt Oh ne, schon wieder fangen die Knochen an Was sind wir denn? Das Spiel hat gespeichert, das heißt meistens nichts Gutes Ein Lager Heiligtum der Sturmwache Hm Wups Okay Das hat nicht sonderlich viel gebracht, ne Da kommen wir nicht Oh, doch Boah So, komm Schnell Ja, wo geht's denn hier hin? Ich seh da nichts Aber ich kann die Fackel auch nicht wirklich anmachen Geht nicht Aber irgendwas Ist da oben Mhm Hm Na Ah. Zünden wir den Mist mal an. Ah, das sieht schon... ...besser aus. Jetzt weiss ich aber wohin. Ähm... Ui. Hopp. Hoppala. Nerv. Ah. Da ist irgendwie ein Denkmal oder sowas. So, dann mal rüber Lara. Zack. Fuck. Es fängt wieder an. Es fängt wieder an. Grab durchsucht. Heiligung. Heiligtum der Sturmwache. Halt. Nein. Nein. Ei, ei, ei. Ähm... Achso. Ich renne nochmal kurz da hoch, weil ich nochmal... ...wissen wir, ob es da oben nochmal irgendwie weitergeht. Hopp. Da hoch. Da hoch, da hoch, da hoch, da hoch. Ne. Sieht nicht so aus. Gut. So. Dann rennen wir wieder zurück. Aber da hier ein Lager ist, mache ich jetzt hier mal einen Folgenschnitt und... Wir sehen uns dann in Folge 32. Morgen um dieselbe Zeit. Auch wenn du jetzt gedacht hast, das Video ist komplett zu Ende, hast du dich geschnitten. Ich wollte noch sagen, ich bin nicht nur auf YouTube vertreten, sondern auch auf Twitter und Facebook auf Follow oder Gefällt mir klicken. Je nachdem, der Link ist unten in der verkackten Videobeschreibung. Direkt über meinem Freund. Und ja, wenn du das gemacht hast, verpasst du absolut kein Video und... Ja. Schau mal vorbei, gell?